Was ist die Partei für Cannabis-Legalisierung? Und mehrheitlich dafür sind, im Parteiprogramm ist es auch und sie sind jetzt einen Schritt weiter gegangen und haben einen konkreten Entwurf gemacht, wie man das durchsetzen könnte und ich habe mir das mal durchgelesen, das Ganze heißt das Cannabis-Kontrollgesetz. Ich weiß nicht, ob du da im Detail drin bist. Gibt es irgendwelche Kritikpunkte, die du da dran hättest oder Ansätze, wo du sagen könntest, da könnte man noch was machen oder da hätte ich noch eine Idee? Oder würdest du sagen, das unterschreibe ich zu 100 Prozent, das wäre auch mein Ansatz und wir könnten das zusammen mit den Grünen übernehmen, überparteilich? Im Prinzip könnte man das Cannabis-Kontrollgesetz so unterschreiben. Also ich glaube, es gibt einige Punkte, die man noch konkretisieren könnte, die vielleicht auch Fragen aufwerfen. Gerade bei Leuten, die da vielleicht eine konservativere Einstellung zu haben, auf die könnte man mehr zugehen. Man könnte mehr auf die Bedenkenträger zugehen und diese Bedenken auch aus der Welt träumen. Aber im Groben und Ganzen ist das Cannabis-Kontrollgesetz zustimmungsfähig. Da habe ich da nachhaken. Inwiefern könnte man auf die konservativen Leute zugehen? Ja, also von Recht auf Rausch zu reden, halte ich, also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass das in der Diskussion jetzt nicht hilfreich ist. Auch was die Zugänglichkeit von Cannabis nach einer Marktöffnung anbelangt, auch da kann man vorsichtiger sein. Ob das jetzt Fachgeschäfte nur für Cannabis sind, ob das Drugstores sind, ob es Apotheken sind, ob das jetzt ein Cannabis-Anbau-Verein ist. Wie in Spanien, Barcelona, ne? Genau. Aber die sind gerade stark in der Kritik, ne? Ja, also, nee, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber Kritik vorab gibt es an jedem der Modelle. Und es wird mit Sicherheit kein perfektes Modell geben. Also, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was wäre der perfekte Zustand für den Verkauf von Alkohol, da fällt uns wahrscheinlich auch nichts ein, was nicht irgendwie noch auf irgendeine Art und Weise missbräuchlich wahrgenommen werden könnte oder was durch Unvernunft, die wir ja nun nicht kontrollieren können, halt von den Menschen ausgenutzt werden könnte. Es gibt immer den Erwachsenen, der Alkohol kaufen könnte und an Jugendliche weitergeben könnte. Und das Problem werden wir bei Cannabis auch nicht lösen, indem wir es nur in bestimmten Läden verkaufen oder indem wir es ab einem bestimmten Alter verkaufen. Und wir werden immer den Zustand haben, dass auch Klientel an die Stoffe kommt, die wir eigentlich davon fernhalten oder die wir davor vor dem Einfluss noch schützen wollen. Und das ist bei Cannabis-Social-Clubs genau das Gleiche wie bei Apotheken. Jetzt bei einer Apotheke müsste man schon einen hohen Aufwand betreiben, um dort irrtümlich oder fälschlicherweise sich mit Cannabis versorgen zu können. Insofern könnte man da durchaus ein sehr strenges Modell entwerfen, um die Akzeptanz für die Legalisierung im Allgemeinen zu erhöhen. Und dann aber in der Praxis halt zusehen, dass das wirtschaftlich tauglich für den Unternehmer, aber halt auch gesellschaftlich verträglich geregelt wird. Wir erlegen uns da sowieso vielen Hürden. Erstmal darf ich an jeder Ecke einen Shop geben. Es darf ich nicht in der Nähe von der Schule oder in dem Kindergarten geben. Der sollte nicht offensiv nach außen beworben werden und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, die Legalisierung so zu gestalten, dass sie halt den Kritikern entgegenkommt. Das Cannabiskontrollgesetz ist nun schon ein sehr offensives Papier. Was jetzt aus drogenpolitischer Sicht vollkommen in Ordnung ist, aber sagen wir mal aus parteipolitischer und strategischer Sicht jetzt die SPD nicht dazu verleitet, den voll zuzustellen. Okay, damit hast du den nächsten Punkt eigentlich schon. Wo soll das verkauft werden? Im Supermarkt diskreditiert eigentlich? Also im Supermarkt bitte nicht. Ja, ich wäre auch dafür, dass Alkohol nicht im Supermarkt verkauft wird. Da ist dann doch wieder das Argument der Verfügbarkeit und auch der inflationären Wahrnehmung von Drogen im täglichen Leben halt einfach nicht in Ordnung. Also ich finde, das kann man alles diskreter machen. Ich bin übrigens auch einer von den Kiffern, die jetzt mit dem legalen Joint auch nicht auf dem Marktplatz stehen würde, genauso wie ich mit dem legalen Bier nicht auf der Parkbank sitze oder zumindest nur ganz selten, aber nicht regelmäßig tagsüber dort meinen Rauschmittelkonsum, meinen Genussmittelkonsum, wie auch immer man das jetzt darstellen möchte, ausleben kann. Das ist ja auch ein Argument für diese Cannabis-Social-Clubs, dass halt die Leute gewisse Orte haben, damit sie nicht irgendwo auch in die Öffentlichkeit ausweichen können. Also ich halte die Cannabis-Social-Clubs für eine sehr romantische Vorstellung von einer kiffenden Gemeinschaft. Die bauen ja auch selber an. Ja, das ist auch wunderbar, aber ich fände, es gäbe durchaus Möglichkeiten, das Ganze irgendwie anders zu gestalten. Also ich sehe keinen Grund, warum Cannabis nicht in Fachgeschäften oder in Drugstores zu haben ist. In Holland. Aber eben auch, dass die Samen und das Anbaumaterial und dass auch Cannabis in einem gewissen Rahmen jeder zu Hause anbauen darf. Das ist schon wieder eine Frage, der du vorweg gegriffen hast. Ich meine, dein Zettel liegt da auch offen, aber es führt halt einfach, das eine führt zum anderen. Wir dürfen legal Tabak anbauen und zwar ziemlich genau geregelt. 99 Pflanzen, also nicht 100, 100 wäre ja auch fatal, aber 99 Pflanzen, Tabak darf jeder anbauen. Du darfst Bier brauen, du darfst Schnaps brennen. Das Einzige, was du halt nicht darfst, ist, eines dieser Waren in Umlauf zu bringen, ohne eine Delizenz dafür. Und das halte ich für absolut sinnvoll. Da geht es ja auch darum, dann den stehenden Markt zu schützen. Und natürlich sollte es möglich sein für einen Patienten, der ein bestimmtes Medikament, also eine bestimmte Sorte mit einer bestimmten CBD-THC-Verhältnismischung irgendwie selbst anzubauen, um Kosten zu sparen. Wir sparen dabei Kosten für die Krankenkasse, also für die ganze Gesellschaft. Das ist nämlich auch richtig teuer, habe ich gehört. Und es ist auch nicht für den Laien unmöglich, sich da reinzufuchsen und eben das hinzukriegen. Also es sind einfache Regeln, die man dort beachten muss, damit man das gewünschte Ergebnis erzielt. Ähnlich wie in der Bäckerei, ich natürlich auch das Rezept einhalten muss, um einen guten Kuchen hinzubekommen. Ja, also da muss man sich auch ans Rezept halten. Aber das einem Patienten oder einem Bürger zuzutrauen, das tue ich allemal. Davor gab es übrigens im Mittelalter auch die Bäckertaufe. Hast du davon schon gehört, wenn man die Brötchen zu klein oder zu groß gemacht hat? Bäckertaufe verlinke ich mal später. Mach das mal. Harte Sache auf jeden Fall im Mittelalter, wenn man die Brötchen falsch gemacht hat. Aber vielleicht wäre es heute bei Cannabis auch eine gute Sache. Auch wenn ich ein ganz mieses Gras anbaue, ob mit oder ohne Lizenz und ich verkaufe das meinen Kunden, ob legal oder illegal, die werden mir aufs Dach steigen, wenn das der letzte Mist ist. Absolut klar. Okay, jetzt habe ich noch eine konkrete Frage, was nicht direkt mit dem Konsum zu tun hat, sondern eigentlich mit den Folgen. Und zwar ist es ja bei Cannabis so, dass es immer so eine Halbwertszeit hat. Es wird irgendwie erst schnell abgebaut, aber dann immer langsamer. Also es ist so eine Kurve, die flacht so ab und es hält sich noch sehr lange. Und da gibt es ja die Sache, dass man bestimmte Grenzwerte auch hat, ab denen man nicht fahren darf. Und das hat irgendwas mit einem Nanogramm oder sowas zu tun. Und das wurde letztens erhöht, habe ich. Das ist der erhöhte Wert. Der wurde tatsächlich verdreifacht. Also es geht darum, ein Nanogramm pro Milliliter Blutserum. Das ist ein verschwindend geringer Wert, den du quasi noch nach drei Tagen nach dem letzten Joint wahrscheinlich nachweisen kannst. Da handelt es sich halt nicht um den aktiven Rausch, sondern halt um THC-Abbaustoffe. Und das ist halt das Problem, dass wir das in Deutschland medizinisch nicht unterscheiden oder noch nicht unterscheiden, was natürlich dann halt auch für die Reglementierung im Straßenverkehr wichtig wäre, dieses nachweisen zu können. Weil die einfachste Möglichkeit, die Legalisierung voranzubringen, ist halt wie gesagt, das möglichst strikt zu regeln. Und eine Null-Toleranz-Grenze im Straßenverkehr halte ich übrigens auch bei Alkohol für angemessen. Es wird natürlich viele Leute geben, die da Sturmgegen laufen. Ich werde ja wohl noch ein Glas Bier trinken und dürfen. Deutschland. Ja, darf man. Und ich finde, das Ding ist allerdings, es ist halt im Moment noch nicht nachweisbar oder nicht messbar. Und da stößt halt die Justiz an ihre Grenzen. Also wenn wir sagen, wir möchten Null-Toleranz im Auto, im Straßenverkehr haben und jetzt ist aber bei den gängigen Prüfverfahren immer THC nachweisbar, selbst Tage danach, dann ist uns allen klar, dass der jetzt hier gerade nicht unter dem Rauscheinfluss steht. Aber es macht halt juristisch und medizinisch keinen Unterschied. Klar, wenn dem einer hinten drauf fährt und der messen wird, dass der vor drei Tagen was gehört hat, dann ist der schuld dafür. Wobei, es gibt dieses Messgerät jetzt. Und zwar, Kanada hat ja die Legalisierung beschlossen und die treiben die auch voran. Cannabis ist legal erhelflich und die haben auch eine sehr strikte Null-Toleranz im Straßenverkehr. Und dafür wurde ein Gerät entwickelt, das den THC im Speichel nachweist. Und zwar halt schon sehr differenziert. Also da geht es um übrigens auch andere Drogen nachweist. Aber nur aus den letzten Stunden. Ach so. Also da werden keine Abbaustoffe, sondern da werden halt aktive, in der Schleimhaut sich befindliche Stoffe nachgewiesen. Es ist also in dem Moment klar, der hat gekokst, gekifft und Gott weiß was und dürfte eigentlich kein Auto führen. Übrigens witzigerweise wird dieses Gerät von einer deutschen Firma hergestellt, von einer deutschen mittelständischen Firma. Das Gerät wurde in Kanada zugelassen. Also es gäbe, es gibt genug Möglichkeiten, das Ganze auch in Deutschland kipp und stichfest zu kontrollieren. Okay, jetzt hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar eine vielleicht ein bisschen haarige. Und zwar habe ich mich jetzt mal über das Thema unterhalten, über Cannabis und ich habe sie gefragt, ob sie schon mal in ihrem Leben gekifft hat. Und ihre Antwort war, nein, das ist doch verboten. Also die Frage ist, könnte es nicht sein, dass es Menschen auch Anreize geben würden, die durch dieses Verbot vielleicht abgeschreckt wären. Und wenn wir diese drogenfreie Gesellschaft, die es nicht geben kann, vielleicht im Ansatz anstreben, wäre das nicht ein Argument für die Gegner. Ich meine, die CDU haben wir letztens in einer Veranstaltung in Düsseldorf kennengelernt. Die setzt genau da an. Und erst mal wirkt das ziemlich unglaubwürdig, weil die meisten Menschen haben es zumindest einmal ausprobiert. Aber bei meiner Schwester ist es so und sie sagte, ich habe sie nämlich gefragt, wenn das erlaubt wäre, hättest du es dann mal probiert? Und dann hat sie wirklich nachgedacht und hat gesagt, ja, ich glaube, dann hätte ich es wohl mal ausprobiert. Ja, mit Sicherheit gibt es Leute, die da vielleicht dann eine Hürde sehen, die es nicht ausprobieren, weil es illegal ist. Das ändert allerdings ja dann überhaupt nichts da dran. Also sie sollte viel mehr überlegen, probiere ich etwas aus oder nicht aus, weil es gefährlich oder nicht gefährlich ist. Aber nicht, ob es legal ist oder nicht. Also ich finde es natürlich gut, wenn Leute sich an Gesetze halten. Das sagt aber immer wenig darüber aus, ob das Gesetz sinnvoll ist. Insofern, ja, kann man so sehen. Andererseits müsste man auch noch sagen, es gibt doch bestimmt auch ganz viele Leute, die es nur machen, weil es illegal ist und die werden es dann vielleicht nicht mehr machen, weil es dann auf einmal legal ist. Ist natürlich Quatsch, so eine Aussage. Aber wenn ich die eine Aussage für ernst nehme, dann muss ich die andere ja auch irgendwie in Betracht ziehen. Also das sagt gar nichts darüber aus. Das Cannabis wird nicht gefährlicher oder nur weil es dann legal ist. Es wird vielleicht mehr Thema sein in der Gesellschaft. Es wird mit Sicherheit viele Leute geben, die es dann mal ausprobieren, weil sie es schon immer mal ausprobieren wollten, aber es nicht gemacht haben, weil es illegal ist. Aber es wird niemanden geben, der sagt, so geil, endlich ist es legal. Jetzt muss ich das ja ausprobieren, weil ich probiere ja alles aus, was legal ist. Das ist natürlich auch völliger Wurzeln. Also eine Selbstschädigung, in welcher Form auch immer, ist legal. Geld zu verbrennen ist auch legal. Ich mache aber nicht alles, was legal ist. Ich mache in der Regel Sachen, die ich möchte und die Spaß machen oder weil ich neugierig bin, aber nicht, weil es legal oder illegal ist. Im Gegenteil. Viele Sachen werden oft von Kindern, von jungen Menschen gemacht, weil sie halt gegen die Norm sind oder weil sie gegen die Regel sind, um sich selbst auszutesten, um die Grenzen auszuweiten und so weiter. Ja, eigentlich sollte das meine letzte Frage sein, aber wo ich gerade auf Düsseldorf gekommen bin, das ist ja die Veranstaltung, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Da hast du mit drei anderen Parteivertretern und zwar von FDP und Grünen und CDU diskutiert zur Legalisierung von Cannabis. Da möchte ich jetzt nochmal kurz drauf kommen. Und zwar hat mich einfach nur die Parteiposition interessiert und ich kannte überhaupt gar nicht den Hintergrund. Die HHU Düsseldorf hat ja eine Themenwoche gemacht, Cannabis und das war einer von mehreren Diskussionen, also unter anderem hat ja auch der DHV, der Hanfverband, Chris Demmer in diesem Falle informiert und das war die andere Veranstaltung und da ging es ja darum, um dieses Modellprojekt, von dem ich eigentlich vorher noch gar nichts gehört hatte und vielleicht kann Michael dann nachher auch nochmal in die Diskussion mit einsteigen mit Modellprojekten. Die gibt es nämlich auch zum BGE, darüber haben wir nämlich auch überhaupt gar nicht geredet. Aber erst mal zum Modellprojekt, was in Düsseldorf geplant hat, also so wie ich das mitbekommen habe, war das Modellprojekt so geplant, dass es da Abgabestellen geben sollte und die Universität das wissenschaftlich begleitet. Und die Universität hat aber gesagt, das ist von der Politik nicht gewollt und nicht durchsetzbar, deswegen macht eine wissenschaftliche Begleitung keinen Sinn. Und andersrum hat die Politik gesagt, es gibt keine Möglichkeit der wissenschaftlichen Begleitung, weil die wird ja nicht mitmachen. Also die haben gegenseitig die Argumente benutzt, die Wissenschaft macht es nicht und die anderen haben gesagt, die Politik macht es nicht. Und damit das Modellprojekt verhindert, was dann den Aster auf den Plan gebracht hat mit dieser Themenwoche. Wie siehst du das mit Modellprojekten? Du bist ja für eine Legalisierung deutschlandweit. Denkst du, dass Modellprojekte helfen könnten, noch weitere Erkenntnisse zu sammeln? Oder denkst du, wir sind schon so weit, dass wir eigentlich gar keine Modellprojekte mehr brauchen? Natürlich würden Modellprojekte helfen, neue Erkenntnisse zu gewinnen und auch organisatorische Infrastrukturfragen wird es aufwerfen, wie wird das alles aussehen. Aber viel wichtiger finde ich, dass die Politik von der Notwendigkeit überzeugt wird und das mache ich ja nun nicht jetzt aus dem Bauch heraus, sondern ich vertrete da ja durchaus auch die Argumentation von Experten, also die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen spricht sich dafür aus, die reden ganz, ganz wenig von Modellprojekten. Die Friedrich-Ebert-Stiftung mit einem Arbeitskreis Drogenpolitik, gemeinsam mit der SPD, haben lautstark für die regulierte Abgabe von Cannabis prädiert. Genauso die Arbeiterwohlfahrt, die uns Sozialdemokraten sehr nahe steht. Keiner von denen redet über Modellprojekte, sondern es gibt ganz, ganz starke Erkenntnisse aus unserer bisherigen Drogenpolitik, dass diese halt einfach gescheitert ist. Und wir müssen da neue Wege gehen. Wenn ein Modellprojekt auf regionaler Ebene dazu beitragen kann, noch diese Erkenntnisse zu stärken und Politiker in der Richtung zu unterstützen, dann sind die natürlich positiv. Allerdings enorm viel Energie darauf zu verwenden, diese einzurichten und damit zu scheitern über Jahre und das Thema somit wieder 10, 15 Jahre hinauszuzögern, das ist nicht zielführend. Also wir sollten als Politik ganz klar auf die vorhandene Argumentation, die immer breiter vertreten wird von Suchtgesellschaften und von Interessensverbänden, ohne dass dort irgendwie das in die Nähe von Lobbyismus gerät, sondern es geht da halt wirklich um Expertenmeinungen aus Jura, aus Medizin und gesellschaftlichen Vereinen, die wir halt einfach nicht übergehen können. Ich würde ihm auch gern zu Hilfe springen. Modellprojekt im Bereich Cannabis, wer braucht das? Geh doch mal bitte über die Grenze in den Niederlande. Da läuft seit 3, 4, 5, 6, 10 Jahren, läuft doch ein offenes Projekt. Noch länger, glaube ich. Ja, die haben das schon ein paar Jahrzehnte. Und die Holländer sind nicht zusammengebrochen, die Wirtschaft ist nicht kaputt, da liegen nicht alle bekifft in den Ecken rum, sondern ganz im Gegenteil. Das ist nach wie vor ein sehr liebenswertes, nettes, entspanntes Nachbarland, wo ich auch gerne hinfahre, wo ich nicht merke, dass irgendetwas Komisches dort passiert. Es gibt in den USA diverse Staaten, die es mittlerweile frei haben. Da gibt es auch schon jahrelange Erfahrung. Wer hier noch über Modellprojekt die phaselt, der hat für mich einen Schuss nicht gehört. Ganz ehrlich. Also in Holland, ich war letztens noch in Holland auf einem Festival, Forter Rock. Das war so ein Heavy Metal Festival auf jeden Fall. Haben da schon häufiger Leute auch einen Joint in der Hand gehabt und geraucht. Und ich hatte den Eindruck, dass die sich einfach weniger versteckt haben, als dass Leute hier auf dem Festival machen. Natürlich, wenn man zu Rock am Ring fährt, kiffen Leute auch. Aber ich habe immer das Gefühl, die Leute stellen sich eher in der Ecke. Und in Holland ist es so, dass die Leute das offen machen, weil die es einfach schon lange gewohnt sind. Und wer sich da einrauchen will, der tut das halt. Es ist einfach entkriminalisiert. Das ist das Thema. Und da sollten wir auch hin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.